Musik 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 Sektion SAAS Wir planen es den Geschaff anzufangen. Hier ist auch ein wichtiges Ding, was wir anzufangen. Wenn wir planen, in einer Farm oder in einer Geschäftsführung, oder in einer Restaurant, oder in einer Geschäftsführung, was wir anzufangen? Ich glaube, es ist erst, dass wir ein Plan sicherer werden. Hast du ein Interesse? Das Ding zu tun. 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 Ich glaube, wir sollen wissen, was wir für uns geplant haben. Ich habe vieles von uns gesagt, Sie wissen nicht, was wir wissen, was wir für die oder für mich geplant haben? Was wir wissen? Das ist ein ganz einfacher Weg, was wir selbst prüfen können. Wir sind die Arbeit, die wir selbst können. Ich kann von mir reden, wenn ich will, wenn ich aufrufen, was wir Banken ausverfahren oder was, wenn ich mir helfen soll, das fällt mir schwer. Mir fällt nicht schwer, wenn es mir scheint zu arbeiten. Das geschieht. In der größte Fertin in der Ferse ist das sicher, das wird Leichen hinterher hängen geblieben. Wenn wir gerade aufrufen, dann bleibt Leichen hinterher. Wenn wir bespannen, die Ackeri stammen, wenn wir es auf einer Staffshow vor kommen, dann stammt die Türi für vor. Wenn wir damit hinbekommen, dann versteckt. Wenn wir damit in der Explosion sprechen, dann testen wir. Dann fängt Seele auf den Korn ab. Und damit veröffentlichen, dass ich das nicht wegkomme, dass ich nicht wegkomme, sondern ich veröffentlichen kann, dass das nicht wegkomme. Darum weiß ich was an mir Banner ist. Darum kann ich priefe, was Gott an mir angeht. Deine Arbeit ist von selbst. Einer Menschen denken, dass es auch einen Computer. Hier sage ich, dass der Computer daran ist. Also wenn du da ein Banner ist, dann wird ein Banner, was dich schafft. Da muss man denken. Und wenn man einen leckeren Rücken sieht, was Gott uns gebt hat, dann denken wir, ob wir ihn schaffen. von fangen wenn es waren wie jengatz in ploen down gohne das eigentlich wenig christus ans ob er die sehnungen voller besiegt aber war er fällt voller die sehnungen besiegt wenn es wie kann er doch nicht mal last in macht frei down madame budget mit zufrieden hat wie machte amma chance amma chance dem mario waren im mario war der titel war ja war ammatt was nicht gott die präse der frete teufel sich sehr toll wenn der mensch doch kann ha wenn es dann wird egal die teufel als uns geichtal die gleicht uns aber ich sehe da waren gott die lovort der hans dort zu werden schafft und dort wird in die altverwaltung film und betracht kommen dort wie loven nicht gott die tit wort wie matte schoffen können so wer wir sind wo wie als janker schaft und dort wird man das seht ja an sich schaffen fangen na der nächste sei her fehlt da doch die kann das sei interessiert aber das andere technische schaffte was haupte wenn du eine heimisch abstehen vielleicht fehlt das nummer drei vielleicht kostet wenn du keine technische schaffte sind aber du setzt gott hat ihnen gehofft die bedeutung erst an all die technische schaffte nicht doa wo die gläufe wird gott die jefft auf die tonne kost an stahl macht die technische schaffte eine heimt ab dort stand auch wer ist dann ein tab stahl wenn es die koste betracht bediene aus der wort erst dort um sehen für die amtgebung dort so kann denken was dieses priefe als dort steht vielleicht wirst du betracht betracht gerne oba dort sind alles die eine breitere sester wort man geschaffen hat und man hat eine auch noch an die schaffte stahl wurde der gesegnet worden der ich den geschaffen hatte das war die betracht bediene kostet dann wurde gesegnet worden wenn du was bloß morgen meier menschen dahankommen aber man den ziel wird seine die was die menschen und ja doch dann wurde nicht gesegnet worden fehlte kompetenz ja wenn der kompetition fehlert hat stahl du in die schaffte oder fehlte topste stahl vielleicht ist das die setzte erst eingeschafft hat konntet meist nicht pulle du hast noch meist nicht nur kunde wird er kommen kippen aber die jankert auch du hast auch die gode vor und fragt ob ich keine portstehung dann kann ich doch meinen anstahlen ich kann er bediene die menschen worden bedient worden dann ist der cooperation dann die topstehung besonderes am servizio kompetenz ja am geld es nicht unbedingt aber kompetenz ja mein christian servizio es sehr wichtig und kooperate auch topstehung wenn die nicht gerne hätte einer allein dann stoppt top und dann fang top in die schaffung nummer neun sei zommel die nicht schatze ab diese hier du niemals dort ab in die schaffung da du wirst ihn in grotet haben goet topschof du dort ab in die schaffung du wirst die ganze am gewonk bediene du hast ihn sehen ab wenn du dort ab wasser der qualm ich in grotet ihr schaff grotet haben goet topschof dann zommelst du die in schatz und wo die schatz erst aus dein hohrt und wenn dein hohrt du hast du kannst nicht zwei haare deine dann macht die sehenskrone zu sieht du stehst bei sie die sehenskrone dort konzern wird die gläckchen zeich nicht dass du nicht wasch millionär war wenn du da gehst wo die sehenskrone ist nicht da und dann wird die rotstöcke sie treu mit den zenten dort ist der andere sieht davon wenn Gott die was anvertritt hat und dort meint der guf von in die schaffung dann sieht du damit du das Gott hat versprochen er wird sehen wenn du klar hast Gott das Mati der hat die der guf geheft der nahm ein schritt und fing aus auf er wird sehen wie schade man hat er dann am den zweiten schritt go wieder und dann verweich in vertritt Gott hat er wird sehen wird hauen mag die ein geschaffst ploen mit deinem Partner das ist ein wichtiges Ding wenn die das kooperatet wenn die das mit den anderen taubt dann mag die ein geschaffst ploen fährige das geschaffst anfangen und da sind mehr Dinge, die ich habe nach Lothar da wo ich durfte reden Nummer 2 sagt ihr ein Ziel an ihr geschaffst dort auch wenn ihr geschaffst anfangen viele Menschen die da in der Taubstunde und sagen nicht ein Ziel wer muss anfangen das ist das mit meiner Freundin wir sind kommen mit der Taub vor ich habe ein Juncker war ein Taub gelebt wer wird ein Taubst geschaffst anfangen je wie jeder 10.000 Dollar nennen machen 20.000 Dollar hat die Schaffung geschaffen und dann nächstes Jahr der eine sagt hey wie will noch jeder 20.000 Dollar noch jeder 10.000 Dollar und das eine sagt nein nein ich will nicht ich will bloß diese 10.000 Dollar und dann soll das was das ist und der andere sagt nein wie will der Busse was ist dort und dann gibt es einen Konflikt mag die ein Plan veröten und dort darf ich nicht die Dollar abschaffen über jemand der Plan mag dass ihr weiß was ihr Ziel ist wie will ungefähr 50% oder 10% werden wir in der Krise nachher gehen und wir werden noch ein Ding was ihr mit dem Plan haben wo ihr den einsternen vergetaubt gehen dort ist wo ihr den einsternen auch eine von ihr sagt nicht einer sieht mal zu mir wenn wir jelten die Wölfer nahmen dann sieht er mal die erste wo wir es aufzuholen das wir gerne machen von nicht erst mal zweiter wo wir es aufzuholen vergeben wenn ihr schafft anfangen erstmals ihr schweiz würde mit dem Partner den Einwahrer vergeben wenn es nicht taub war und wenn es nicht wird nein dann kann es eine Einigkeit geben wenn die ersten wach ich möchte den Einwahrer nicht taub gehen dann habe ich das Problem dann blieb ich vielleicht taub ok wir gehen in den nächsten Punkt Punkt 2 wo es wird sie eine Abgabe ein Wett wann ein Wett hat Wett wann ein Farmers hat Wett Wett wann ein Huss ist hat Wett 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 so was ist in Wett in Abgabe hier redet von Arbärer sehr viel Wett wo die Arbärer hat weil ein Wett ein Guter Wett wird den Arbärer betohlen da noch aus der schafft das für meine Ansicht in Teimer wird ganz mehr die Plot nicht fehlt unsere Abbeträtung ist kommunistisch oder Kooperation zu tun wir sind alle Glück und ihr Gott und ihr Glück aber Gott hat uns verschiedene Gruppen gejeft da wir denken was fehlt nicht tun wir denken so ich schaffe euch mal red die sehen so die 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 rot rot in Englisch nur und stelle wenn sie schlechte oder zweite schlechte dritte schlechte vierte schlechte und fünfte schlechte oder wenn es nicht schafft ein oder wird bloß schlechte und andere die gute lüte das ist ein Tag der eine schlechte und der zweite schlechte und das dort die barst wir oder der kriegt auch nicht alle mal gehen dann erkläre was ich sage was soll das arbeit was eine gute reihe hat von Gott zum bspel die eine arbeit die leitet die fähre sein und er soll da noch eine ganz volle arbeit tun dann kann nicht dort wo Gott ihm gebet hat ich glaube es neidig dass die präfe den arbeit was dem interessiert dass er mit Freude mit Dankbar hat und Gott lobe kann bei seiner arbeit und betole dem da als er arbeit hat einer sagt wo was da ist da sind so arbeit die nicht gut schaffen den mat wie halt auch und die wurde belädigt wenn die andere die hat gekriegt ich dreht vor zu haben seht wie die arbeit was doppelt so viel dat ist das wird niemals belädigt das macht den so noch da sind so ab die hier abschalf wenn sie trie nus me als die wird die halve die z hat die war alle glickje trakken ich leuven gauw da wer so wie es prieft sie no ab wat die vergoven haft wau he schalf det und betole dem da no und weet je wat noch da bann sein kann van wie on ja got lewe do en er channe dot hat hans go you have act that they go on vann go to beyond viet go door vando an or vrouw and stay over astra do connect shop do connect dot it nuts what got me if tough down connect people gone inside got this it's one when I get with on vana don would achieve my and axio bon your zone viet but all over the glick right the connect all the goal down and got concrete saying the hands to the toe the other long shop and shop and find on to twiw love got seen what the heb reyes act out what the west and a clean that what the size go to know that they saw the same here what the people for sprocken have and no better hand st go well that you and you know low not gonna don us on it up yet so go as it what your clear work on play that land zone up go to get around where the on that was in your shaft at when seen the product up going down down yet him over as in long up and don't of the cleft or next is all go clear but it so name on the way so that and the other you seen on one day and he told you then it is that you have talked and the word so when the word can do that you have seen that you feel far in the word but you said what the work had come to go to the brother then that brother he then then he sat and on side to fight was that that is no problem that he denkst dass da andere sieht von einem wird ein wird haften position seine steht wie weil alle ein wird haben wir aber sein wenn es ohne wird um die schafften da war wieder nicht schaffe so waren wir dann wird hat dann geht über dem anerkennung geben aus und wird in der wird man sich verhäule soßen wird heißt nicht unbedingt ein wird man zwei wahlen groter jong sein heißt da werden wird wenn es gott haben die google geeft da wenn es ein wird und wenn gott haben die google geeft hat dann hat er auch so eine ding ausgott von am verlangt hat und dann hat er das müllte hole haben dort nicht problemen ja für manche oberen wo er gehört von müllte hole gerne oder nicht alles sei was er denkt die oberen sind die wird seine abgabe als die oberen zu priefe wort kostet dann und wort kostet nicht dann stellt er dem hier haben und fängt dort gut kann oder er stellt ihm doorhaan und fängt dort üt und wenn er mit dort rein alles abblüht es macht die 15 oder 100 oberen was er redet das und denkt alles sei was er denkt das jaff zächer weidog wenn sam gelieb ist er handig gut finde ich auch gut und finde das nicht so leicht dass jaff weidog so he mag nicht alles sei was er denkt und he mag kann es in müllte hole wo ich hier rede von der müllte hole ich habe das alle zu tun damit das wird manchmal ein bisschen so rauw zwischen die oren weil ich da mag viel oberen aus dass das manchmal reden wir von dem ein bisschen ewig randen nicht ich weiß nicht wie ich so ein bisschen beleven wo ich manchmal plötzlich sage ich daal antevreden mag ich oberen woher am wenn so ein ding schaufe nicht so sage ich das wel und wenn ich müll voorts obleibt dann durch das alle vernichten wird da abgebildet ist vor der marikana meine dalle natur war die kibana das kann ich unbedingt sind ich meine dass das alle sind es bloß einer wort ein wolf schlag das schafft mit so steuern wird abgelehnt sind dass einer einfach schafft wo wo wir das tun wenn er mit kerne müllte hole und lüren wird einer sich dort der geplant hat er wandert dann nur ein oberer licht ich hatte im oberer neun so eine steht neugestalt wo er mit schaffe und nicht kann dann war ich der trage stahl in mit dem oberer hat fern gemeldlich der rede wenn sie trof nicht von er dort im oplaat ob er nicht oder hingerlich vier nicht einmal sei juli das godo aber ja das ist ein godo aber die tonen an verwerk wieder als zu sehen job los Nun, wer wird dem erklärt? Er wird sagen, was er dann sagt. Dem wird er loben, für das Geht, was er dann sagt. Dem wird er erklärt, was er dann sagt. Some bits haben sie Träbel, dass sie plötzlich eine Applikation nicht fällt, ein Papier nicht fällt, was er dann kann. Und dann denkt sie, du hast Erfahrung, und starrt ihn dann an, du gehst auf in die Maschine und dreht sich direkt in ihr Furt. Jeder wird ansehen, ihr Schaf hat seine eine Ordnung. Wenn er eine Gaufe von Gott, und andere wird haben andere Gaufe. So er hat seine eine Ordnung. Der wird sein Applikation erklären, was er dann soll, und warum er das dann soll, und warum wir das hier in die Schaf getan werden wollen, für die Schaf wird, dass er weiß, wo er kann anfangen. Was manchmal passiert ist, schau dir die Applikation an, und die sind seine Meinung, und haben sie vielleicht eine Wege oder zwei getan, und wenn er eine andere Arbeiter redet, alle war, dann hat er das erreicht. Wir haben nicht gesagt, was er soll. Das ist wichtig, dass wir dem Arbeiter erst oder auch fort sein, wann er erreicht hat. Und das kann man nicht machen. Das ist ein großer Unterschied, wenn man dem Arbeiter fort sein, wann er erreicht hat, und die sind vielleicht Arbeiter, dann wird es besser, wenn es nicht stimmt. Und wenn er die Schaf in die Arbeiter geht, und das ist ein Fehler geworden, die haben die Arbeiter getan, die wird Kempel's vorzumachen, und alle sagen, hey, schau dir mal, das hier anders, wie schaaf er das am, als es das? Das ist nichts zum Dammfeilen. Wenn sie sind nie, wie sind nie, als Arbeiter, wie schaaf er das, fällt sich nichts Damm. Und wenn ich drei Tage geschaft, dann hat er die Tüte, was er getan, dann wird er einmal Kempel, und sagt, schau dir mal, das machst du alle Arbeiter hier. Dann fällt er sich verschämt, ein paar drei Tage, das Arbeiter hat er nicht mehr gesagt. In dem Fall, es fehlt, wenn er dem ein Pott kreut, und sagt, wenn er nicht die Tüte hat, wenn er alles wird, dem das zu sein, die ersten Tage, und ich war nicht ein paar weggeschafft, dann wird er nicht mehr, der ganze Arbeiter hat, sein, dann nimmt er ein Pott, und erklärt ihm, schau dir mal, ich habe ihn nicht erklärt. Das darf er nicht anders, dann darf er nicht beschämt, was er da macht. Okay, das nächste, das nächste sieht, Punkt 3, das wird seine gute Arbeiter sehen, aufgehen, sie trüe, und das ist trüe an seine Arbeit, in seine Gowerbrücken, wo er sein Plan sicher und trüe sein in die Arbeit, in die Arbeit, was er interessiert hat, sich brüebar machen, für den Wett, seine Anstallung von, dem Wett zum Sehen zu sein, oder dass ihr Schaaf, das soll nicht zu kriegen haben. Das ist ein großer Unterschied in die Arbeit, ob er das Sehnt um ein Check-Up-Bedienwerk zu nehmen, oder ob er das Sehnt um das Schaaf büebar machen. Dem Wett Anerkennung geben, so sein Wett, habe ich hier schon ein bisschen gefunden, dass die Wett sich bedrehen als sein Wett, die soll sich selbst anerkennen als sein Wett, und die Arbeiter soll dem auch anerkennen als sein Wett. Dort sage ich nicht, dass jeder Wett ein guter Wett ist. Manchmal sind die Nachricht, es steht, die Fehler, dann hätte ich rütt. Die Arbeiter würde alle weiter die Fehler rütt, aber würde niemals schaffen, weil der Arbeiter dem nicht, wo er anerkennen als Wett, dann würde er nicht schaffen. Dann würde man ein anderer Weich sein als dort, wo man ein Wett rüttkriegen. Dem Wett sei, was ihm fehlt, der Arbeiter soll, wenn er ein Problem hat, irgendwo in der Schaaf, wo er immer hier ist, und er hat nicht, das reicht die Gerätschaft, um dort da, wo er kann, gehen um Wett und sei dort. Dort wird ein Wort, wo er ihm dort nicht bescheckt. Ein Säger, welcher denkt, das letzte hier, der steht, wo er schaaf. Dort sagt, war ein Ding, wo er mehr, dass viele Menschen leben. Wenn ein Arbeiter ab eine Städte schaaf, und fortweich man ein Mensch und veracht die Städte, dort sei er schädlich für das Schaaf, noch viel schädel für den Arbeiter. Wenn ich in Wett sehe, und ein Arbeiter könnte mich fragen, nur Arbeiter, und ich frage ihm, wo hast du die Fähigkeit geschaffen, wo hat er geschaffen, und was da ist da, und er fang vor uns an zu schändieren an, wo er hat er geschaffen, er wird im Wett, er weiß, dass die Ordnungen da sind, dort hat in mir sehr haustig Wörter, damit ich ziemlich klar, was ich von Arbeiter habe. So, das ist eine Anstrahlung, was er hässert hat. Wenn ein Arbeiter aus, was in der Ferien steht, das ist ein Arbeiter, was ziemlich sicher, meine Städte auch gelaufen wird. So, es ist wichtig für den Arbeiter, dass er auf so eine Städte schafft, wo er gelaufen kann. Wenn er nicht kostet, die Städte gelaufen, dann eröffnet die Arbeiter ab und geht in so eine Städte, wo er kostet. Wann, wenn er Geld ist, da wird mehr sehen, wie er, wenn er fehlt Geld kriegt, aber eine Städte würde ich nicht ganz dankbar schaffen. Okay, wir gehen um die 7. Sektion, Sociedad, Coop, Europartnerschaft. Möcht ihr Ordnungen in der Regel? Das ist ein Klima doppelt von der Ferie, aber hier war ein Klima Meier von Rede. Ordnungen in der Regel machen, wenn ihr in der Schaff anfangen. Das sind, die wichtigste Dinge sind, wo ihr taub handelt und wo ihr den Einhandel wählen. Das nächste ist, wenn einer am Geschaff antifrieden ein Antrieu wird, wo kann ich dem losfahren. Das soll die Verherordnungen machen, wie es die alle einig sind. Oder wenn einer nicht abrechtlich in der Geldverwaltung ist, oder wo ihr wählen und annehmen, oder wo ihr alle Arbeiter annehmen, dass ihr dort abgeschrieben habt, ihr seid sehr wichtig zu machen. Was will ich schaffen da bin, dort die Einigkeit ist, was will ich schaffen, was du schraubst, was du eine Sehnskrone abgeschafft, treu, weis, abrechtig, in to fried, und wer nicht mit eines, der kommt in diese Staub an, dort die Maritie drüht, der jäht, jo? So eine Rehle ist dort. Wovie Geld will ich dort durch drehen? Wovie will wir dann anstecken? Oder was ist nächstes Jahr, wovie die Rat anmach oder andere jahre? Oder will wir bloß das anstecken an das Wasser lüht, dass ihr Einigkeit über haben? Was ist ein Motiv für das ihr schafft? Erst dort tun, so sie zu ihr oder oder Motiv wie Angebung bedeuten? Dass ihr eine Ansicht habt wenn die Motiven abschrieben habt und wie ein schafft über das ist interessant was dort ein Meeting steht wenn wir in Rede dann mal red einer von wie soll ich mal so eine Prise anstecken dass wir die schaffe unter dicken können dann sagt der andere les mal die Ewa Schrift Ewa Wir haben die Ewa Schrift dann ab Kooperativ anproduzierend der Amgebung zu sehen sind dann passt das nicht nach so wir dürfen dem jetzt schon die Stolz gehen bloß die Ewa Schrift haben alle Erlaub das dann abzuschreiben und das wird geraut das Wunder damit wir den Teufel bitte hauen Wo wir Probleme leise sollen die Probleme leise sollen die Probleme nun Wirt oder Manager oder Präsident oder um Sekretario gingen wo wir unsere Probleme haben bringen weil wir Probleme haben dass wir uns bereden und dann ist die verantwortlich die Probleme zu leise wo wir alle die ein handeln das redet ich schon von da man weiß an wo wir können in die Sociedad ritt kommen wer ist der leider das wird allemal ein Präsident gestalt oder wir stahlen ein leider an weil das an wir sind abgenannt was wichtig ist was eine Sociedad soll berät wurde weiter gefangen wird wir gehen an den nächsten Punkt Punkt 2 Coop das nicht mit erreicht wenn sich 3 5 oder 5 Taub stehen oder du essen die Schaf und kommen zusammen und versäge die Taub mit dich das bad ist gut der Unterschied ist wenn du nicht allein kaufst dann du ab breit wenn ich allein kaufst fern die Schaf und fern was die leif ist was die fehl das ist der clean da fehlt die rater dann ein paar partner spielen dann stahl das Taub ab zwei sind stark als einer hat die rote weiß hat mehr verschiedenste dinge mehr jeld die auf tische nicht einer brück der andere kann noch mal be ansatz was da und da ist wenn einer allein ist kann sich eine Entscheidung machen nicht aber ohne jahre mag mehr jahre wenn zwei sind die holle sich doll hat das hoff nicht so leih haben doll waren die allein cause dann der ist computer und welche computer sagt war an den wort hier bahn ist die anstrahlung von computer oder co-operator sind zwei anstrahlung bad is gode aber je weinlich der war nicht brücke co-operator weil nicht fehlt und co-operator dann fehlt der computer und die ever stop der kripte verschen an die schaft wenn sehr viel kooperativen sind die so lange haben ihr compete wenn sie schaft gleich mehr to cooperate they would gode on a stand they don gode die wollen haben gleich in hammer dot cooperate is a goat dot z einzig word christlich ass compete is sin dann durch dem do bringe no and dann fährt ist da am a competition jene corporation but am do and holle se dot and mark a man don sane and the cooperation what a long hard sold the lot and lot to compete to on that so problem ha so that is an stall on what is that and that have to don amount when the cooperation is so great start nicht on cooperate field and compete as a combi to as do hit dam a combi to ost I I shall not say I can better as do I shall say I can alone better as with the top you would bad better can when you know you don't you you said that that don't matter on the I can it alone so that go to line and compete not so your bong then not only your bong and you see the day and you can a bad day bong so when you mother king and the line in wach and with your fan bong do cost in your was better for you mess am dot in betracht when there is an an ich had as that jana son what I need to wall down the yet filter with thing when you can that to an stale as min your best love rate cost better bed when it not for one Und wenn es nicht unbedingt geht, dann sagt man, ja, ja, das geht sich, der war nur allein. Und dort schreibt der Jesus von Wernscher, Jana, Jink, und ja, sehr viel geschafft wird, den wir hinten eingegangen da unten, sehr vielmals sind dort, ja, ich wünschte Jana, Jink, und ja, und ich schafte dort, nicht besser allein, okay, nicht wo ich wiese. Besser, dass ich am Anfang geredet habe, ich würde nicht arm sein. Dann ist der Teufel der Mann, das soll anders sein, das soll nicht eingegangen sein, dass der Meier zum Sehen wäre, und er steht in sich und ja an der Halbe, dort kann es doch nicht nach Krakse gehen, wenn sie compete tun. Sagt hier, wenn die Kaspeter für die Scheipe, die Scheipe ist nicht unbedingt, geht's, dort kann er gut von Gott sein. Scheipe, Jüde, Schacher. Weil Scheipe, das ist wie Allah. Wer weiß, was er mit Jüde meint? Hef mal die Hand ab. Ja, da sind ein paar. Ich, mir steht von clean-up anbekannte, denke ich, was, und ich weiß nicht, ob das ein Ring schadet, und das Wort ist über Israel, oder nicht, aber los, wie das was, was das für uns gemeint hat. Jüde, Schacher. War das ein feier Ding, was wir brauchen zum Priefe? Kennt wir dort, fehlt uns dort, weil wir dort, oder jankert uns dort. Nummer zwei sage ich, weil wir bloß des Quintus sind, und ich habe manchmal versprochen, wenn ich um die Schaffner denken wollte, was scheipe, und dann frage ich erst, wie viel das Quinto kann ich kriegen, und dort und dort denke ich. Was, meinst du, was redest du von das Quinto? Na, wie viel Prozent das Quinto jaffst du mir, und ich denke, was ich scheipe will? Und dann fragt er mich, wie viel das Quinto, und dann fragt er mich, und dann fragt er mich, da hast du noch nicht mal einen Priefe, und da ist mir kein Nummer Geld, ich will bis viel das Quinto haben. Da ist eine Anstelle, und früß, wenn ich beim Seichstuhl vorbeigehe, und da sage ich mir einmal am Fenster 50 Prozent des Quinto, dann gehe ich dann her, nicht? Und wir haben manchmal beleuchtet, wenn wir da stehen an jungen Frühen und Priester bis euch, kaufen wir da nicht in einer anderen Stuhl, und wir können das Quinto wieder, und wir tun das Stuhl. Was wollen wir 50 Prozent des Quinto wieder? So die nehmen wir einen hohen Preis, und machen 50 Prozent des Quinto, und dann gehen wir dann an die Schaffner. Viele Frauen, nicht? Das ist das erste, was wir haben, dass wir gleiche zu Schacher und zu Jüden. 50 Prozent Jüden, das muss schon. Das schreven wir meistens noch nicht, aber so steht es da oben, weil die Preis hoch noch ist. Wel, wie bloß das Quintus? Wel, wie bloß immer billigste Schaupen? Ansonsten ist gar nicht so nervös, ansonsten es fehlt da, nicht? Wenn wir einmal wo, was sie abbildet finden, dann müssen wir die Schaupen, die wir wahrhaben, um kooktisch zu setzen und reden, von wo billig wir gekauft haben. Es ist essentiell, dass wir die billigste Schaupen haben. Das hängt mir an. Puchen darf ich nicht für mich, weil ich mich nicht für die Schaupen habe. Das hängt mir an. Puchen. Wenn ich das ein bisschen besser tun kann, als das andere. Das ist eine Kompetenz, die wir uns immer drehen. Und die Menschen, die sich da ziemlich gewöhnen lassen, die dann auch manchmal ein bisschen anwahrheit reden. Puchen, wenn es vielleicht auch anwahrheit ist, aber das Schaupen immer wieder nach ihnen sieht. Wenn sie einen Partner in Kampetsche, die Pucht auch, die kriegt anders als Hektar. Wenn sie eine Pucht haben, die ein paar Hände in Kampetsche, die im Kampetsche, die sich nicht mehr auf dem Kampetsche, und die Menschen in Kampetsche nur noch ein bisschen anwahrheit sind. Wenn sie mit ihnen fahren, die ich schaue, die sie nicht mehr auf dem Kampetsche, die sie sind. Die Menschen in Kampetsche, die sie sind nicht mehr ein bisschen mehr anwahrheitend. Und die sie sind nicht mehr anwahrheitend. Das ist so, wie wir das tun. Ich glaube, wie es am Diersten ist, dass sie selbst wissen, was es billigste ist. Wenn ich Fertilizer schiepe, dann schiepe ich es billigste als alle anderen. Wenn ich Korn schiepe, dann schiepe ich ein bisschen Dierer als alle anderen. Das ist eine Anstellung, die wir haben. Und ich nehme das an unsere Schachere Jüden und schiepe. Das ist eine Anstellung. Kriegt die andere Nutze, was ich da? Halt das irgendetwas, wenn ich umgekehrt bin, was ich zu schiepen konnte? Ich sage es, wenn ich nur zu schieken war, dass das alles in meinem Sehen war, und mein Bruder ist da und er will sich für Fertilizer schiepen, dann würde ich ihm sagen, weißt du, wie viel ich gekauft habe? Du hast es geschafft, das habe ich dafür gekauft. Das ist ein Poche. Das weiß ich, das habe ich gekauft. Dann sagt er vielleicht, oh, weißt du was? Der andere Bruder ist ja dort gekauft und er will sich umgekehrt. Oh, na fijn, dann gehe ich da und schiepe. Ich bin dann auch dort, ich habe es nicht gewusst. Dann schiepe ich hier. Das habe ich nicht gedacht, dass ich nur ein Ziel habe, das billigste, billigste. Aber, das ist natürlich gut und weiß. Die Frage an, was sind die Präse und schiepen da? Wie kann ich sagen, wer ist die beste Bedeine gekommen? Wer ist die beste Bedeine gekommen? Daher wollen wir schiepen, nicht? Halt mein Lebensrat geloet. Viele von die Dinge, das sind kleine stremmeltjes, die wir von dem Sehen wegnehmen. Und ich fühle mich immer so, wenn ich schlaupe gehe, oder die Ankers, wo ich mich da hatte, dann fühle ich nicht ganz fried hier bin. Ich fühle mich ein bisschen an ihm schon ein bisschen. Ich sage manchmal, fühle mich ein bisschen so, wenn ich im Staf hier gehe, oder so, wenn ich im Schweenhack hier bin, die Luft ausräm, oder irgend so, und was die Riesentieke. Ich weiß nicht, ob ich jemand in eine Bar nachher bin, oder? Ich sehe manchmal, wenn ich einmal in der Hörsaal bin, dann sehe ich eine Bar nachher bin, ganz rohig, direkt nachher bin, und dann komme ich raus, und dann sage ich mich, ich soll mich boden. Weet ihr von woher ich rede? Das ist eigentlich manchmal feil auf mein Ankersdash, auf mein Tag. Und wenn ich da nun denke, dann finde ich diese Dinge. Dann fällt mich bei, weil, ja, dort habe ich wirklich in Bede Puche. Oder dort habe ich gerne in Bede und seine Priester aufgedockt, und dann fällt sich das orange und die Ries von Bede. Und, das ist ganz neidisch. Wir können in der Wahrheit leben, dann können wir unter dem Schirm bleiben, und wir können, schaffe ich ihn dankbar für alle am einen Tag. Und das wird voll. Oder stockert ihn, das ist die letzte Frage. Wenn er das stockert, dann macht er das rund. Okay, wenn wir noch das andere sehen. Was hat ein Füller? Hier ist bloß zum Gedanken, hier waren vielleicht hier in Salzbriefe, wo hier andere Dinge da und da und da. Er kann hier ein Füller, der schlappt lang. Jetzt lohnt es schlappen. dann haben wir, das sie merken zuwachen, nicht zufangen, nicht zufangen, sondern zufangen, wir können zufangen und zufangen. Das hier ist kein ursprünger oder zufangen. Dann können sie das Claire in Simon und Roman schreiben. Dann haben wir das kleines. Unsere Fülle haben dort Dann haben wir das System mitmachen und den sieben zufangen und zufangen. was wir tun. Satt im Stuhl und trinken Sera, ich kann noch einen Sera trinken, aber von denjenigen, wo ich jahre sie warst, da wird Säuermoten im Stuhl vor Sera trinken. Und wenn du Satt im Sera trinken, da wird meist immer so ein Vatal, was nicht erbüht hat. Meist immer negative Vatal kommen. Oder so ein Nies, was nicht Wahrheit wird, die kommen entstanden. Da wird vielmehr geredet, wann wird eine Geschichte verteilt, weil die Sera wurde geholt. Wahrscheinlich da wird Sera trinken und du hast sie nicht gefangen. So kommt unsere Anstrahlung von Vielheit. Okay, dann gehen wir in den nächsten Punkt 2. Statt die die Hände, jetzt die die Schlupen, fängt leicht an der Arbeit, hat leicht die die andere halbe, hat sie eine Multidentität und jetzt schaffen. Es ist nicht so wichtig und alle gewähren, aus einem Spor. Es reiht und bieft und halbe. Es ist gewöhnlich und tiert. Und ihr habt noch ein Ding, ein Punkt, was nicht so sei, aber viel. Und dann fliegt sich ein Testament oder ein Plan für die Familie. Und das ist ein Punkt, wo ich mit allen zu sprechen, vielleicht ein Testament machen. Wie haben wir ein Testament? Die weiße, was er ist. Da hat Jesus von uns in der Zeit gemacht, was seine Dinge ausleben soll. Wir sollen ein Testament machen für unsere Dinge von uns in der Zeit von uns in der Zeit. Financially. Besonders. Das andere ist so gut wie das Testament. Das kann man lesen. Wir können danach beschreiben, das was uns natürlich gut getan hat. Und das Testament, das uns vor uns geeft hat, lebt dort. Das hat ein besonderer Wert. Und ich glaube, dass es nicht bloß für alle Gruppen ist. Ich habe sie zu Hause, wenn sie zu Hause zu müssen, um zu gräbeln, um zu sterben. Dann wird die Titel abgeschrieben. Nein, ich glaube, ein Lied, das befriedigt sind in einem Kind haben. Kennen wir einen Eier. Besonders, wenn sie ein Kind haben. Das wird abgeschrieben, was sie mit einem Kind wollen haben. Das hat so viel gerötet Herz ausgegeben, wenn es das nicht ist geworden. Und wenn die älter sich taub durchsagen schreben, ein Papier ab, so einfach, als im Fall, dass wir sterben, um Himmel gehen, und uns Kind bleibt hier, dann wird die gleiche, weil die und die Lied sich um das Kind haben. Dann sind eine große Masse Probleme geleist, was von dagen mit ihnen passieren kann. Das weiten wir nicht. Weil dort so wenig ist dort, dort abschrieben. Weil dort erst, in die neue Leute sein, dort Papier geschrieben, dann weiten sie, wo die Mama und Papa haben wollen, wo die Tänzel bliehen. Aber sie haben gerade so. Besonders, wenn es danach so etwas ist, was Gott hat. Und sie haben davon vertreten, sie können nicht alle in ihrer Lebenszeit, dann schriften sie ab, was sie haben. Wo sie das eigene will. Das ist so einfach. So viel Herz hat sie von aufgehört. ein Teil. So eigentlich wir wollen Schluss machen. Und jetzt gehen wir zum nächsten Mal, so dass ich verstehe. Danke schön. Sektion Nummer 8. Wir haben hier Rimmel ab, mit ihnen schuld, und prall, und mach Ordnung. So wir haben die erste Sektion. Wir haben meine Erfahrungen sind, was ich im Leben mit der Verwaltung. Der nächste Punkt wird davon was wir tun an uns. Was wir in unsere Prüfungsfamilien anstarten. Das erste Punkt ist das Gerechtigkeit wie hier und der Recknungsführer hat die Recknerin den Garten gemerkt, keine Recknerin angestellt. Ich habe gesagt, dass Adam geht auf jeder Tiere und von jeder Sortiere zwei. So ein und ein in zwei 2 trotzdem regnen wird von der andere sante haas heim und gedacht wir haben dann nennen soll sein ein 2 3 feier 5 saß er nach 0 1 2 3 ist dort gerad wieder dort ist es doch nicht bis eben späule in androhnen morgen dann ist dort wird schoffen nee das schafft nicht so dass noch ordentlich eine rechnung für ihren dachten denk auch gott war die jeft haf wort er schoffen dad an wie kann dort brocken wie weit der feld die dh nicht sei ja gute schule sei wie manchmal die schule sein gott über die noch gelehrt jester wird meine städte wort die sonne stämme gesungen dort haben wir nicht so kratzen schule da wird nicht gelehrt singen da sei die menschen kann ich singen da wird am kassi nach jahrrad nicht gelehrt und in der wirklichkeit die gute sind aber die sind nicht abgeweckt worden so geht mir dort mit rechnungen führen die rechnungen ist dort dort auf gott alle erschaffen dass es in der welt in der schule alle wäre wie brücke da bloß nicht viele brücke da nicht ich würde hier gleich die frau wer der rechnung für von zin etenscheipen alles hef mein hand ab wer der nicht hef mein hand ab ok das ist ich das mess alle wei finde das ist ein maierhang was abheben wenn ich frage wer nicht rechnungen für das und die sag ist die haben wir noch einmal je vormen und fertig wird die mussel ausschütteln mann fertig wir ja musste sehr am strahletum von ein geirn um andert weit die doassen fertig von den starten hafen worden automatic transmission haben und die dadurch einmal war ihr hart haben wo immer den anderen nicht mehr wählen wenn sich die brücke dort wird rechnen für das dort sind ein bisschen raus, was wir brauchen. Aber jetzt geht es vielleicht mit der Rechnung, dass wir mit den Computern haben. Die Computern haben so viele Handwerke, das ist mir schwierig, das zu lernen. Ich würde es gleich alle wissen, ob es nicht zu lernen. Das ist mit der Rechnung. Das braucht ein Wort, um anzukommen und anzukommen. Hier sagt es, wenn man in der Seite saßt, riech mal ab, mit den Schultern prall, und es macht Ordnung. Wenn man die Rechnung nicht braucht, dann hat man wahrscheinlich ein Problem, dass man manchmal das Geld nicht verrägt. Manchmal verrägt man nicht die Hand. Die Rechnung hat die Brücke, um das anzustellen und das Hand verrägt. Ich würde mal in eine Städte zur Schule bringen, und dann zei ich zum Anfang, ich zei, das ist so eine Schule, wenn ich da durchgegangen bin, und das war nicht so, was ich da lernen würde, dann wird es niemand mehr Geld alle verrägt. Dann wird es immer ein Handwerk. Und jeder eine lacht. Die dachte, das hätte immer noch stehen. Einer von denen, das wir in Vorderung mit mehreren sehen, wurde er wieder. Dem traf ich ein Stück 5-5-4 Lothar mal. Und ich hatte alle verrägt von denen, aber ich fragte ihm, woher er das heute ist? Und dann zei ich dir, na, der hat hier in dieser Karte nicht in den All-Bedder-Seite, ja, das. Dann zei ich das besonders bei mir, und dann weiß er, das ist das noch seine FOP, das Buch. Ich weiß noch nicht, was er meinte, wo er sich da dritt hat, wie ein Agenda-Bug. Ich weiß, was er ist. Das ist ein Buch, wo er die Dottumstierne alles anschreiben kann. Dann zei ich mich, was die Jungs gesagt hat. Sie seht, als ich schon weiß, was die Jungs gesagt hat, dort werden wir ihn verraten. Die haben Armut gesprochen, dort werden wir ihn verraten, weil das so ist, dort Geld wird gelegt. So, sie haben angefangen, anzuschreiben, und sie haben sich ein Budget gemacht, wo sie Geld verbrochen wurde, und sie haben den Mann geteilt, und sie haben gesagt, das ist das, was wir haben. Wenn das so ist, was er gesagt hat, das war das Geld, das war das Geld, da waren wir in den Fingern. Und sie haben das geschafft. Aber sie haben manchmal am Freitag, am Montag, nicht keine Suckerbrücke, wenn sie alle waren. Und sie haben das geschafft, am Montag, sie haben einen Mic-Check, und sie haben einen Mic-Check, und sie haben das geschafft. So sie haben das geschafft, wenn ein Mensch dort dort in Not kommt, von dann an hat er Geld hergelegt. So, dort essen, dort essen, gibt es die Bereitschaft für die Brücke. Hier sagt es, schreibe mal, jeder steht, wo du schuld hast, ab. Dann werden wir mal abrufen, wenn die nicht die Rechnung für die Daune dauert, wenn die in die Höhe kommen, sagt sie mal, nehmt ein Papier, schreibe den einen Sied, mal, jeder steht, wo du schuld hast, schreibe das Toll, wo du das ist. Schreibe ab, wo du das schuldig bist, bei wem. Und schreibe ab, wanneer du das verliegen hast, die Toll. Dann schreibe, wenn die andere Sied, schreibe ab, wo du das zu kriegen hast. Hier steht, von wem du das zu kriegen hast, und wanneer du das zu kriegen hast, wanneer du das verliegen hast. Dann nehmt die Solletal die Toll, in die Achseând, wo du das dämoi ö cheiß hast, pein, wo du das zu kriegen hast, wo du die tolle beant ALL, dann hat man auch thought elephants balans. Toch ist die Mehr nome, Entonces, wenn du das zu kriegen hast, weil du die Punkt zum твоieren lassen hast, den man zu beschrijven dann muss das Plan machen, wie du das bet плюс hast. Und dann haben wir das, was die letzte Woche getan haben, wenn du keine Rechnung hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht wissen. Aber dann dürfen wir wieder anschreiben, dass die Leute wissen, was du getan hast, was du gebraucht hast, was du gebraucht hast, was du gebraucht hast, was du gebraucht hast, wenn du alle hast, dann betragen wir, wenn du ein Bauer bist, ein Farmer, oder ein Schafsmann, dann betragen wir alle die Gerätschaft, was du hast, erst dann neidig, dass ich das habe. Alle vier Jahre, was du hast, brauchst du so viel. Oder das Land, was du hast, hast du so ein Land, das bloß ein Licht, das nicht hält. Und die Schuld, was du hast, auch die andere, was du hast, was du taubt. Und wenn du das Ding fängst, was du nicht neidig hast, wenn du ein Bauer bist, hast du einen Traktor extra stehen, was du nicht schaubt, dass die da steht. Oder die besten nicht schauffen, die hast du vor 40 Jahren, was du bloß einmal stehen. Und du hast es schuld, dann holst du die andere aus. So, da war ich, was du fertig verknüpft. Und ich stelle da dran, dass du bloß das Ding bräuchst, was du wirklich bräuchst. Und wenn du dort da bist, wenn du ein Mann verantwortlich bist, dann nehm deine Frau mit an. Und wenn die Kinder hat, was du all Verständnis hat von, warum sie nicht so viel Eskrim oder Chakrabars köpen, dann nehmt die mit einem das Plan, dann macht die Frau mit ein Fresse Plan, wo sie will leben, dass das was, anregen. Dass die Matisse nicht in der Schuld allauwarte losstehen. Das ist ein sehr wichtiges Ding, als dass die Töp um Team trakt. Familie Töp, aber das schaufft, was ich vertaalte von Jana. Der Junge, mit der Mama und der Papa, Töp, wird sich einig geworden, der Töp daunen. Und der Junge hat nicht geborrert, dass sie vom Friedag, Montag nicht, die Saka können bräuchten. Wenn sie wieder alle mit Anne an dem Plan. Das ist ein sehr, welcher Ding. Okay, dann gehen wir, wenn du den nächsten Mal sehen. Möge ein Kontrat mit jeder einem, was die Schuldig passt. Erstens soll sie das abschreiben. Möge ein Kontrat mit dem. Ich meine nicht, wenn sie eine Krackmacht geholt haben, und sie wollen sie nach einem Weg betonen, dass sie einen Kontrat bräuchten. Aber wenn sie so eine Schuld haben, was sie wollen, zum Beispiel, wenn sie eine Arme betonen, oder im nächsten Jahr eine Bank, dann schreit das ab, macht den Kontrat, und gut nur Jana, und fragt, ob das stimmt. Mit jeder einem, was die Schuldig passt. Das kann sein, wenn die nicht alles abgeschrieben werden, und die schriftst das nicht ab, und die ersten Jahre, dann wird es vielleicht auch nicht stimmen. Jana wird sagen, nein, das ist nicht so. Das haben wir anders berät. Dann wird sie da einig, und berät das nicht so ab, dass sie sich nicht einig waren. Und er schrift dem Kontrat, leuchtet ihn in ihren Archiv an, und dann darfst du doch nicht schwimmen. Aber der Tiet war das stimmt. Das war die Tolle. Dann hast du einmal den Monat gewohnt in den Archiv, der ich tue, und sagen, du würdest schuldig passen, und dann betonen dort, dann hast du das Frieden, dann kannst du das Schaufen. So, dass es ein wenig abgeräumt wird, und dann darfst du das nicht drehen im Kopf, und du würdest die Schuldig besser werden. Du kriegst das aus, dann wäre die Schuldig aus. Du würdest vielleicht glauben, dass es Jana im Sinne sagt, und Jana, das ist nicht das, das ist deine Sache, dort abzuschreiben, und ein Kontrat zu melken, und dann unterschreiben das, dass du weißt, das ist in Ordnung. Wo wäre denn? Wenn es Gott ist und Gott für eine Ordnung, der hat die dort anvertritt, und die Ordnung sollst du wiederholen. Hohle!